Gib doch nichts so an. Du willst doch nichts anderes zeigen, als dass du das Schiff nicht in der Gewalt hast. Äh, nicht. Ich versuche das zu zeigen, dass der verdammte Raumschrift zeigst die ganze Zeit. Diese Raumschrift machen mich vielleicht ein. Wenn man einen von diesen schwarzen Hebeln umlegt, die schwarz und schwarz beschriftet sind, leuchtet ein kleines schwarzes Lichtschwarz und informiert darüber, dass man den Hebel umgelegt wird. Kontrollverlust mit 100 Sachen in den Touribus. Ich fahr keinen Audi-Jungs, ich fliege die Nautilus. Will auf'n Pausenblut ausgerutscht und aus Versehen auf'n Powerknopf aufgekommen. Wie jetzt? Es verbiegt sich das Zeitcontinu um. Die Turbinen verschleißen schon, Schwerkraft wird aufgehoben. Es ist ein heißer Ritt, wie auf 30 Trips. Kommen wir überhaupt zurück? Ehrlich, Mann, das weiß ich nicht. Alles im Griff auf meinem Schiff, nur der Motor macht mir Sorgen. Egal, genieß den Flug, Reparatur machen wir morgen. Ich segel in die Sphäre, ich gleite in die Weiten. Ich reite auf dem Licht, nenn mich den weißen Streifen. Ich hoffe, ihr seid angeschnalltes Party-Time die ganze Zeit. Die Bremse ist defekt und die Kotztüten ausgeteilt. Bist du zart beseitet, dann ne Scheiße, weil auf dieser Reise gibt's keine Vergleiche, außer dass sie heiß wird. Wo sind wir da reingeraten? Hier gibt es doch keine Gnade. Irgendwo zwischen Großen und dem Kleinwagen. Schuh, Kraft, Wurmloch. Guck wie sich der Druck erhöht, wir sollten uns nicht wundern, wenn bald alles vor die Hunde geht. Weil der Schutzschild schmilzt und die Notlampe blinkt. Und nun sind wir auf der Suche nach einem Volk, das uns hilft. Ich frag mich, ob es hier intelligentes Leben gibt. Eins steht fest, wir sind es nicht. Es ist Tavallemall, der Abfluss der Galaxis. Die Zeit läuft weg, doch wird Hans bis zum Abpfiff. Bald wird's knallen, wie damals das alles anfängt. Steigt mit einem die Maschine, die die landet. Es ist Tavallemall, der Abfluss der Galaxis. Die Zeit läuft weg, doch wird Hans bis zum Abpfiff. Bald wird's knallen, wie damals das alles anfängt. Steigt mit einem die Maschine, die die landet. Wird das Leben noch wie immer sein, liebe Hörerinnen und Hörer?